So meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Reform. Du weißt es, Profil war hier auf meinem wunderschönen Kanal. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben, dass unsere Straßenfahrzeuge unser Rohöl aus irgendeinem Grund nicht annehmen. Deswegen sind wir jetzt dabei, heute mal eine Bahnstrecke von hier oben, von dem Depot runterzuführen, nicht zu dem Rohöl, sondern zu dem Rohöl und dann wieder hier hoch. Ich wäre vielleicht dabei, die Beine zu verbinden, also hier noch was zu machen, so im Dreieck zu fahren. Das können wir dann noch gleich überlegen, aber ich muss sagen, erstmal bin ich dabei, kurz alle Fahrzeuge zu verkaufen, danach die Strecke aufzubauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So und die letzte Bahnlinie oder Bahnschiene verlegen wir jetzt auf den ersten Schlag, jetzt hier auf dieser Strecke. Mehr würde ich sagen, brauchen wir im Moment nicht, es ist recht vollkommen ein Zug im Moment und wir könnten uns das Krokodil holen. Das Krokodil haben wir noch nirgends wo vertreten und ich würde sagen, das Krokodil ist ein guter Start für einen guter Zug. 75 kmh könnte er fahren, ist relativ langsam, aber es ist eben unser erst elektrische, die wir uns überhaupt hier bauen können. Deswegen sage ich Krokodil, sehr sehr gerne, die kaufen wir uns, wir holen uns natürlich den Kesselwagen. Ich würde mal sagen, wir sagen einfach mal, der soll uns nur Rohöl einlagen, nicht dass es irgendwelche kleinen Probleme zwischendurch gibt, aber es ist hier Rohöl. Dann würden wir mal sagen, kaufen wir davon ein paar, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mal 9 ist relativ viel, die Bahn ist auch sehr sehr lang geworden, 175 Meter, ich habe einen 300er Bahnhof hier. Das reicht locker aus und ich würde einfach mal sagen, gut und wir kaufen den. Ist nur noch die Frage, auf welche neue Linie wir das ganze legen müssen, wir müssen das natürlich von hier oben anfangen, weil sonst sagt der Zuglinie, hier gibt es keine Bahnlinie, die ich im Moment fahren kann. Und wir können uns mal überlegen, wie viel ist denn jetzt eigentlich, Bahnlinie 11, hier wird irgendwas elektrisch nicht, muss ich gleich mal gucken. Wo war ich gerade gewesen? Weiß ich gerade nicht. So, gucken wir mal kurz, irgendwo ist hier was nicht elektrisches. Was glaube ich, ich weiß schon glaube ich wo. Ne, aber jetzt machen wir mal kurz 20 mal 9, das ist mir gerade zu viel im Kopf irgendwie. Guck mal hier, ein kleines Stück, was nicht elektrisch war. Und, lass mal den mal losfahren, das werden 180 Öl fällt mir gerade zu ein. Den habe ich jetzt allen gesagt, die sollen eigentlich umdrehen. Machen sie aus irgendeinem Grund nicht. Linie 10. Sag ich bitte nochmal, ach das sind ganz verschiedene, das waren jetzt ganz andere. Den sage ich jetzt, bitte bei Ankunft verkaufen, dann kann ich die Linie 10 auch komplett zumachen. Das war, das war das falsche gerade, aber es ist auch egal. So, dann haben wir, die Linie braucht man nicht mehr, glaube ich mal. Wo ist denn die? Achso, das ist so ein kurzes Stück. Ah, ja, die löschen wir auch mal und ich sage jetzt einfach mal, Linie 7 löschen wir jetzt einfach auch mal. Damit es ein bisschen klarer wird, Linie 1 löschen wir auch mal. So. Und somit haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Der Zug fährt jetzt wieder hier runter und dann können wir mal gucken, ob jetzt die Sache langsamer anläuft. Weil irgendwas stimmt auf der ganzen Strecke wohl nicht. Der fährt hier hin, der fährt hier hin, der fährt hier hin. So, dann haben wir hier die Linie 3. Die Linie 3 hat ein Fahrzeug, wir haben zwei Fahrzeuge hier von Rohöl. Wobei ich sage, da wird, glaube ich, erstmal eins reichen, um das Ganze ein bisschen anlaufen zu lassen. So, dann haben wir das fertig. Dann müssen wir hier oben gucken. Dann haben wir hier oben eine Linie. Also Linie 3 hier. Und Linie 8. Die Linie 8 besitzt Fahrzeuge mit einem Kesselwagen. Das ist alles richtig. Das ist schon mal gut. Die Linie führt hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und führt hier hin, zu Rohöl, wo links hergestellt werden soll. Das ist alles angeschlossen. Das ist hier angeschlossen. Und dann soll das Ganze in die Stadt fahren, wo es eigentlich verkauft werden soll. An die verschiedenen Sachen. Aber ich würde mal sagen, vielleicht lassen wir es ein bisschen vorlaufen, um zu sehen, ob es vielleicht doch irgendwie mal anläuft. Gut, der fährt jetzt schon wieder hoch. Den reißen wir mal ab. Und hier oben reißen wir mal das Ding ab. Also irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht, ich bin hier eigentlich schon so weit, dass ich das benutzen kann. So Leute, ich habe ein kleines Problem. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon erwartet und die Linienbenutzung, ich habe auch im Internet nachgeguckt. Die Linienbenutzung von der Industrie ist so, wenn die Güter jetzt so nicht ankommen bei der Raffanie, dann werden sie auch nicht weitergeführt. Und die Sache ist, mein Rohöl kommt irgendwie nicht hierher. Das bedeutet, irgendwo ist hier unterwegs eine Störung. Und ich bin mir relativ sicher, dass es bei den Schiffen ist. Deswegen müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Ich würde fast schon am liebsten, weil ich doch irgendwie schon die Schiffe inzwischen durch haben möchte, mal ich hier noch anfahren. Der Hafen funktioniert hundertprozentig. Und dann ist nur noch die Frage, ja, was ist denn jetzt los? Ja, was ist eigentlich jetzt passiert? Das ist jetzt die große Frage, aber ich würde mal sagen, wir bauen jetzt erstmal kurz mal hier. Ich wollte euch mal kurz informieren. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, gar nicht gefühlt, drei Stunden jetzt nur noch geguckt. Ja, produzieren sie, produzieren sie, produzieren sie. Aber ich kann das auch die ganze Zeit hier offen lassen. Und die Linienbenutzung ist, nein. Das bedeutet, irgendwo ist ja eine Störung. Und die Störung sagt, wir brauchen keine Güter. Und ja, das ist jetzt das kleine Problem. Wir haben jetzt mal eine extrem, sehr, sehr extrem weite Strecke. Und wir können jetzt auch die höchste Geschwindigkeit machen. Das gefällt mir sehr, sehr. Höchste Geschwindigkeit, Oberleitung. Ja, und wir müssen jetzt sehr, sehr weit fahren. So, in der Zeit mal, lasse ich mal alles hier durchfahren. Ich habe jetzt die Strahlke neu aufgebaut. Und habe mir jetzt gedacht, gut, was machst du jetzt in dieser Zeit jetzt? Ich würde einfach mal sagen, ich mache einfach mal eine Aufrüstung von der ganzen alten Strecke. Das bedeutet jetzt auf Deutsch, sie bekommt komplett Strom, sie bekommt komplett Höchstgeschwindigkeit. Sie bekommt neue Züge auf die Strecke. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt was ändern können. Ob wir vielleicht was schneller machen können oder ob wir es langsamer oder sowas. So. Das ist natürlich die Frage, wie ich das jetzt hier ausbaue. Ich könnte die ganze Strecke jetzt auf einmal aufbauen. Äh, das glaube ich mache ich jetzt auch. Und dann gehen wir mal zurück mit der Höchstgeschwindigkeit. Und danach bauen wir ja eigentlich sowieso nur noch Höchstgeschwindigkeit und, ähm, Strombahn. Oh, da habe ich was weggemacht. Aber auch nicht schlimm. Und dann können wir mal gucken, was wir allgemein ändern können. Also im Moment gibt es die Liniennutzung immer noch. Nein. Wenn das sich nicht weitergibt, dann, äh, lösche ich die Zugverbindung. Dann geht es gleich unten in der Referenz rein. Dann können wir gucken, ob man das von dort aus vielleicht, äh, machen können oder, oder, oder. Das müssen wir dann mal, äh, einsehen. Und, ja, jetzt kann man, wie gesagt, wollen wir hier erstmal aus. Im Moment sieht es immer noch so aus wie nein. Ich kann euch ja gleich auch nochmal die andere Sache zeigen. Wir haben noch schon hier hinten rumgebaut. Alter Schwede. Geil wäre es, wenn wir jetzt eigentlich Bias gleichzeitig ausbauen könnten. Aber, hm, gut, dann eben nicht. Ach stimmt, wir wollten Klotzerein, äh, Klotzendingen hier noch umbauen. Naja, gut. Ähm, ich gucke hier. Linienbenutzung, ja. Zeigt an, ob die Güteinheit deine Linie benutzen. Also, sie benutzen die im Moment. Und die benutzen nicht. Schön, dass man noch zeigen würde, wo der Fehler vielleicht drin wäre. Da könnte man vielleicht was bessern. Aber ich würde einfach mal sagen, da bauen wir nämlich nächstes Mal, äh, einfach mal komplett die Bahn um. Da können wir, da mal sehen, ob mal vielleicht irgendwas falsch gemacht hatten. Und, dann bauen wir auch mal, gucken wir mal, ob die Güter, äh, die Personenzüge vielleicht noch eine Erweiterung oder eine Verbesserung bekommen können. Dann haben wir jetzt Flugzeuge freigeschalten. Wir könnten ab sofort Flugzeuge bauen oder fliegen lassen. wo ich eigentlich auch relativ dafür bin. Weil Flugzeuge sind einfach mal geil. Ich, also wenn ich genug Geld hätte, würde ich auch gerne ein eigenes Flugzeug haben. So eine kleine Pipo oder sowas. Äh, aber A, man muss gut Englisch sprechen, beziehungsweise fließend Englisch sprechen. Dann muss man, äh, sehr viel Geld haben, sehr viel Platz haben und die Zeit, um das auszunutzen. Und, äh, man muss vieles dafür haben und, das habe ich einfach nicht. Ist das ja möglich? Hm. Gut. Und, ja, also wie gesagt, ähm, nächsten Part wird dann sich noch einiges ändern. Ich nehme den zweiten Part gleich im Nachhinein hier gleich mit auf. Ähm, danach muss ich mit zur Bank gehen und dann, ja, dann kann das wirklich schön schneiden. Muss ich mal schauen. Ich habe jetzt wieder in der Nacht Zeit, um das Ganze zu schneiden. Dann habe ich wieder Frühschicht, dann habe ich ein Wochenende Zeit, dann habe ich... Ja, also ist, ist ja sowieso jetzt bei mir in relativ, äh, viel in letzter Zeit los. Ich, werden auch viele Videos in letzter Zeit, äh, werden hochgeladen und alles Mögliche. Aber ich würde einfach mal sagen, wenn euch da ganz breit gefallen, erkennt nur noch, wenn ich da hinten noch unten, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.